Okay, alles klar Binnie. Also dadurch, dass du ja die Demo The Castle gezockt hast, dazu wird nochmal oben was aufploppen gleich. Wie geht's weiter? Was ist unser Plan jetzt? Ja, klar, wir haben ja Castle gespielt. Da waren wir hier auch in dem Duke, haben wir ja ein paar Sachen gekauft und zwar gehen wir jetzt hier oben hin, weil wir hinten haben wir eigentlich schon alles erkundet, was zu erkunden ist. Und jetzt diese Vorhalle sieht so geil aus, muss ich sagen. Das sieht wirklich krass aus. Das ist so ein, wie so ein gigantisches Kirchenschiff sieht das aus. Das heißt, man hört den Duke immer noch schnarchen, oder? Ja, der kann anscheinend sehr laut schnarchen. Der schnarcht laut. Oh, Patron. Ja, Munition, Munition ist immer gut. Wirklich, den hört man ja bis hier hinten hin, ist die Tür nicht zugegangen? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob die Tür ist. Guter Akustik hier im Haus. Da ist ja keine Tür. Doch, da ist die Tür. Doch, klar, natürlich. Du bist ja gerade durch die Tür gekommen. Aber die ist auch zu. Wie können wir die denn noch hören? Es gibt ja diese Flüsterbauten, wo man an einem Ende flüstern kann. Und am völlig anderen Ende des Saals hört man das. Hier wird es genauso sein. Eine Tasse. Ja. Mit Lipin-Stift. Ich würde sagen, das ist wohl von Lady Dimitrescu. Können wir da mal irgendwas machen, außer uns angucken? Nee. So. Immer erstmal alles kaputt machen, weißt du, ne? Ich bin hier der Zerstörer. Das sind einfach destruktive Charaktere. Warte mal, guck dir mal kurz das Bild nochmal an. Ja, da hängen. Alter. Da hängen ein paar Leichen. Schön, das ist doch einfach mal mobile Kunst, die man in die Schmack voll trifft. Wunderbar. Das ist schon eine Punktbatze, ne? Irgendwie, kann man nicht anders sagen. Ach du, ich würde mich hier auch wohlfühlen. Aber nur, wenn ich eine Putzfrau hätte, sage ich ganz ehrlich. Ich wollte es gerade sagen, mach die Hütte mal sauber, Alter. Eine Erlebnisaufgabe. Auja. Ganz in dem... Oh, warte mal. Was leuchtet mir da? Haltet alle Auge. Dann habe ich jetzt, letztes Mal in der Demo, hatte ich da nicht hingeguckt. Jawohl. Ich weiß ganz genau, wo du in der Demo hingeguckt hast. Ja, da müssen wir nicht drüber sprechen, Berni. Ich glaube, da hat so ziemlich jeder hingeguckt. Also, das ist doch aber auch komplett beabsichtigt, oder? Vom Charakterdesign. Also, was denken die sich dabei? Ja, das ist ja... Ja, haut es mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Irgendwie, dass Lady Dimitrescu sehr, sehr, sehr starke Frontalattribute vorweisen kann. Ist das nützlich oder nicht für den Charakter? Bringt's was, bringt's nichts? Oder ist das einfach nur cool? Oder auch nicht? Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Haut's rein in die Kommentare. Unser Kommentar kennt er schon. Ich find's cool. We're simple, man. Das kann ja nicht verwendet werden. Ich würd gerne wissen, was man hier reinfüllt. Für eine besondere, mit Blumen verzierte Flasche. Okay, jetzt müssen wir eine Flasche finden, oder was? Guck. Was haben wir hier? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als Ziner Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonderes, reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verliehen sie den Namen Sanguis Birginis, das Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ja, ich würde sagen, da haben wir unsere Antwort. Das muss da wohl rein. Ja, schade, dass die Flasche nicht hier unten rumsteht. In welchen Späti finden wir die denn jetzt? Meinst du, wie finden die hier drin? Ja, aber stimmt, bestimmt nicht. Apropos Späti, grüße ich ihn hier erstmal raus an Achmed. Falls du das siehst, grüße. So, da vorne haben wir noch eine Vase. Aber vielleicht hat sich ja hier irgendwo wieder was versteckt, so wie in dem Bilderrahmen hier oben. Ja, das kann sein, ja. Also das Schloss lädt ja förmlich dazu ein. Irgendwie so viel glänzender Schnickschnack hier und da. Ich will ja nicht wissen, du kannst dir auch mal die Kronlechter angucken. Vielleicht, der ist so prunkig und so glitter irgendwie, vielleicht versteckt sich da auf irgendwas. Könnte man den Kronleuchter auch abschießen? Nein. Wo das bleibt? Also, weiter zur Theorie. Power. Ja, würde ich, wenn ich Entwickler bin und ein Arsch wäre, würde ich da so eine Ziegel drauf verstecken. Oh, das wäre richtig fies. Das wäre bitter, wa? Ey, da suchst du dich ja auch wieder dumm und dämlich, wenn du dann wieder erstmal unten die ganze Zeit dieses Geklacker hörst. Und du denkst dir, von wo kommt das? Ja, vor allem du, also das Klackern, ne, das, das... Ah, ja. Oh, ja, da kann ich mich noch aus der Demo dran erinnern jetzt hier. Jetzt. Oh, und die Blut. So, aus der Demo wissen wir jetzt, wenn wir da durchgehen, geht's gleich ab. Ich bin am überlegen. Oh, ich kann nur insgesamt maximal fünf. Die Kapazität werden wir nachher noch erhöhen können, irgendwie. Ach so, jetzt kommt ja hier Daniela oder eine von den Trusen hier. Ja, ja, eine von den Schwestern, eine von den Töchtern. Das kennen wir noch. Wie genutzt ist das ekelhaft, Alter. Ach, noch mehr, noch mehr. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich pestle dich. Schlitz dich auf. Oh Gott, die kann sich teleportieren. Das wollte ich mich letztes Mal schon ausprobieren. Gar nicht. Einfach gar nicht, wäre toll, ne? Ich kann mich kaum noch beherrschen. Ist das schön für dich? Genau. Können wir, können wir, können wir sie irgendwie zurückdrängen, schlagen? Also können wir sie, können wir sie vernichten? Das ist eine tolle Dekoration für den Tag. Ne. Ich renne jetzt weg. Das hat mir jetzt zu lange. Wir sind also gezwungen, diesen Weg jetzt zu gehen. Die haben wir ja keine andere Möglichkeit. Ja, vor allen Dingen, was ich witzig finde, ist, dass sie ja hier nicht runterkommt anscheinend. Obwohl sie sich ja hier mit ihren Schmetterlingen, na gut, setzen Schmetterlinge sind. Schmetterlinge ist ja auch geil. Ey, weil fette, widerliche Schmeißfliegen waren das, ey. Schmetterlinge. Ja, auch so ist ein einzigartiger Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling. Gucken wir mal, was machen wir hier wieder? Neunter Juni, 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf. Betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 21. Juni, 1958. Ich arbeite jetzt seit zwei Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adele, einer der Dienstmärkte, hat irgendetwas falsch gemacht. Und die Comtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist als für ein Geister durch die... ...Hauser. 8. Juli, 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Comtesse, denn, haben sich beim Abendbrot beschwert. ...so heiß sein. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschaut. Alle drei. Ich sollte das Fenster zu machen. Jetzt habe ich Angst. In den Keller bringen. Mal wegsperren. Weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Tja. Eine geile Kiste. Das ist Arbeitgeber. Die kennen wir alle. Das hatte ich auch schon mal. Messer ins Gesicht. Klar. Einfach mal. Äh. Wie können. Vielleicht finden wir hier die Flasche. Ah, guck mal. Sie hat die Flasche in der Hand. Sie hat es in der Hand. Ach, schau mal. Guck. Ah. Wo soll ich? Die Musik ist jetzt aber raus. Hat sie quasi ihren Jungfrauentropfen aus dem Weinkeller geholt. Ich muss sagen, Munition finde ich jetzt nicht verkehrt, so viel zu finden. Ja. Oh, was? Ih. Was? Liegt da Küken? Oh. Ih. Täubchen? Täubchen, Küken. Das ist ja ekelhaft. Können wir hier hinterher? Ja, lieber nicht. Also, man muss auch ganz klar sagen, wenn ich eine Frau wäre, die fünf Meter groß ist, warum hat die... Was? Ja, das war ich, weil ich der Tür nochmal vorbeigerannt bin. Ach so. Warum baut die sich nicht größere Türen? Ja. Also, geh mal davon aus, dass alle in ihrer Familie alle so eine Latschen waren irgendwie. Oder ist sie jetzt nur da, so eine Brienne von Tarte irgendwie geworden? Ah, was war das? Pistolenmunition? Pistolenmunition. Aber, ne, die Leute, die aufmerksam, äh, die Demo gesehen haben, können ahnen, was demnächst passieren wird. Und warum wir so viel Pistolenmunition finden. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das jetzt hier, yeah, direkt hinkriege. Schau mal an. Und das find ich halt auch immer so geil, ne, so diese, diese, diese tricky Geheimtüren irgendwie in Resident Evil. Ja, egal, ob's jetzt so... So ein, oh, 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 der Feel-Good-Keller. Ach, das war ja, genau... Der Hobby-Keller. Ja, das hab ich so ein bisschen verdrängt. Ja, egal, ob's jetzt, äh, sag mal, das Klavier-Rätsel, äh, ist, wodurch sich eine Tür öffnet, ne, ich sag nur, die Moonlight-Sonada. Oder irgendwie so ein Licht- und Schatten-Rätsel irgendwie zum abgedrehten Haus in Louisiana. Oder die hier, ne, zwei Fackeln anmachen und dann nicht die Tür auf. Ah, ja, also, hier scheint Spaß im Vordergrund zu stehen im Keller. Ach, du Scheiße, da klebt überall getrocknete Blut dran. Na, Gott sei Dank ist es bloß Blut. Okay. Obwohl dafür noch recht sauber aussah, ne? Ja, also der Eimer da drunter auf jeden Fall. Aber die Eimer generell anscheinend, hier, guck mal. Ja, alles wird auf Sauberkeit wertgelegt. Ja, die Stühle, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt so einladend sind zum Hinsetzen? Übrigens, so fühlen sich die Stühle an, wenn man einfach mal so eine 3-Stunden-Aufnahme-Session macht. Ist Modell-Fuck hier. Oh, warte mal, da steht was links an der Tür. Was? An der Wand, mein ich. Huch! Help me, Brotter. Help me! Oh. Ja, mit eigenem Blut geschrieben, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das? Ja, genau, Zellentüren, die sich wieder von selber öffnen. Ja, das ist dein Ding, was? Die Türen, die von dahin auf und zu gehen. Oh. Hm, da liegt noch so ein Hirsepams irgendwie. Brotter, Brotscheibe. Die wieder zu. Schöne Garnier-Brot-Scheibe. Ah, da war ganz voll das Ding. Boah. Boah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, Alter. Ja, aber, aber, also ich sag mal so, jetzt die Zellengestaltung von den Entwicklern. ist ein bisschen copy und paste war irgendwie so ja also ja gut anscheinend hat sich jeder zangen schmied also generell der schmied viel verdient irgendwie mal ganz viele zangen hier hergestellt hat aber denn da so eine so eine so eine chromschalen wissen so edelstahl schalen so ist wie aus dem krankenhaus die dinger und denke dass also das finde finde was hier nicht passt so ich habe noch was zum lesen bestanden arena mia helah louis und ingrid abgelehnt in dora greta nadine camellia bianca melina astrid liotmila liotmila rosa linda lina stefana gabriella alles frauen frauen quote große schrieb ach du scheiße und schön schwarz und kann mich schon irgendwie ist ja mal wie sieht sie aus und über der schnurra da ist das egal ist das ja hallo ist da wäre ach du schon das ist ja mehr hat ist aber auch gehen machen wir auf dem schloss einfach da wird einfach nur gefoltert war einfach nur aus einer sadistischer gier raus vielleicht ist arena gesunden appetit mihaela gesunden appetit louis gesunde appetit ingrid instabil als übertrieben aufgeweckt wo die spiel wo louis ist also es ist der einzige mann oder oder es könnte louis auch ein wir sind hier nicht alleine der kerker kninsch der kerkermeister wolf ne das ist Louis ein 4 wie viel hätte er aus krass ok es waren jetzt fünf headshots ne die warte mal vielleicht sollten wir doch auf die die wechsel okay also dann nehme ich doch über die so und wenn hier schon hier ja hier war vorhin gerade eben schon das gibt ja jeder lieber raus alter ich will eigentlich das aus ich will da hat er hat eine axt eine fette axt er da muss erst mal hier durchkommen hallo das ist eine schlechte idee zum vampir diener oder irgendetwas oder okay der ist nicht von schock schade so warte mal wir wächst mal ganz kurz aufs messe ich mal ganz kurz hier noch die kiste aufmachen dann ist auch noch eine kiste der etwas lassen und den worten das hinter mir kommen er denn der letzte schuss hinter uns hinter uns hinter uns okay guck mal die 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 wie sagt man denn die tarnossen so weg irgendwie die werden so weggesnippt so hohe bombe ha ha schau mal an ist natürlich na da ist doch die nächste gruppe gleich mal mode war wirklich sagen es ist die frage wo ist es aber nur einer da wären wir die rohbombe wie mit der mine absolut schade ja komm her hier kannst du die fässer kaputt machen krasse ist dadurch dass sie so sich so schlingernd bewegen und die dämenweise recht schwer wirklich einen sauberen headshot anzusetzen ja das stimmt in grids heilskette das war ingrid jetzt ist ingrid gewesen da ist ja noch einer das ist ja der ist irgendwo rausgekrabbelt aber hier könnte sich die rohbombe schon wieder lohnt ja komm mal so zu früh oder vielleicht haben so ein bisschen ja die haben social damage abgekriegt davon rostigen geräste und ein paar lies ich dachte da steht noch einer aber krass wo kam der rausgekrochen und da kann man kann mir quasi aus dem nichts gekrochen hier vorne aus dem pfeiler also irgendwie scheint hier noch also was die teile geräste also hier können sie ja rauskriechen glaube ich ja hier ist doch noch irgendwo action oder das noch eine kiste aber man muss sagen die schwerter sind gut poliert er wäre vielleicht auch eine taktik eine mit der schrot und danach einen headshot bei den spaße die eine schrotflinte wieder der schrotflinte ist ja eher mangelware da hast du recht persönlich sind ja mal so ein so ein großer fan der schrotflinte aber ich denke mir immer so irgendwie wir haben bis jetzt noch nicht stärker als die schrotflinte für den boss karte für den nächsten boss fight also das hier im boss fight kommt das ist unausweichlich ich weiß jetzt noch nicht dann kommt aber bis jetzt haben wir noch ein spessrad irgendwie also ich würde tendenziell eher vielleicht sagen pistole sind also ich würde ja noch krasser noch weiter gehen und sagen und die pistole anschießen bis sie fallen und dann mit messer aber das ist halt weil ich genau weil ich halt einfach so einen munitionsspartyp bin irgendwie dafür ihn bei mir halt immer extrem viel heilmittel drauf weil dann stehen jetzt auf und sind die perna die taktik hat sich auch zum beispiel bei resident evil 7 nicht so bewährt weil die mole so viel eingesteckt haben irgendwie mit dem messer dachte es so alter ist doch jetzt nicht kassandra kriegt auch nichts alleine geregelt lass mich in ruhe ja das war jetzt kassandra war anscheinend die wies immer noch gar nicht schrotflinte sauer glückste es wo bist du denn hin kleiner mann oh deine kugeln können mir nichts an du dreckige messgeburt ins licht ich fühle keinen schmerz und schießt die fenster ein oder irgendsort ich versuche gerade ja ich kann die fenster nicht kaputt machen weil die sind schon kaputt schamloser kerl ja lass mich mal munition versuch mal bei dem fenster da zu bleiben ich stopfe deine offene kehle mit würmern dafür wirst du bösen du bastard hände runter jeck mich doch okay warte mal jetzt wird sich besser hier so doch genau so lass doch mal mehr ans fenster rankommen oh nein das war schlecht ich hab vergessen zu blocken jawoll nice benni das war gut das war echt gut das teilen hat aus oh was ist die bei das teilen hat so das teilen hat Untertitelung des ZDF, 2020